Der DAX schwächelt ein bisschen. Ist das ein schlechtes Zeichen? Na gut, wenn man jetzt long ist, sicherlich nicht das schönste, was man sich vorstellen kann. Aber insgesamt muss man sagen, auch noch kein Drama. Was wir bisher gesehen haben, war ja so halbwegs fünffällig nach oben und dass da irgendwann mal Pause angesagt ist, ist nachvollziehbar. Die alles entscheidende Frage ist, ist das jetzt schon die große Pause oder noch eine kleine Pause? Wieso kann das sein? Das wollen wir uns mal angucken. Deshalb schön, dass ihr da seid. Mir geht es jetzt um den hinteren Teil hier im 15 Minuten Chart, also eigentlich um diesen letzten Aufwärtsarm, den wir hier haben. Also ich lasse noch mal beide Bilder, ich mache es gleich noch mal groß, aber beide Bilder mal kurz nebeneinander. Wir hatten so eine erste, eine zweite, anschließend noch mal so eine starke dritte, die sieht so ein bisschen dreiwellig aus, aber intern kann man sehen, ist doch ein Fünffäller hier nach oben gewesen. Dann hatten wir diese Korrektur, das ist quasi diese Korrektur und jetzt so die fünfte und jetzt die Frage, wir sind ja schon so zwischen diesen Boxen, die wir da mal genannt hatten, die 13.650 plus minus 50 in etwa, die haben wir noch nicht gesehen, das ist die obere hier und jetzt mal die Frage, werden wir die dann nicht mehr sehen? Geht es jetzt hier tapfer runter oder kriegen wir die doch noch? Noch ist es tatsächlich gar nicht unmöglich, dass das passiert, denn diese letzte Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, die wollen wir uns jetzt mal angucken und das einigermaßen in groß. Diese Bewegung hier, die schauen wir allerdings dann tatsächlich eher vielleicht im Future Markt uns mal an, dann können wir das vielleicht ein bisschen besser aufdröseln, wie da die Bewegung aussieht. Ich gehe auch hier erst noch mal auf den 15 Minuten Chart, damit wir auch wirklich vom Gleichen reden, also das ist die Korrektur, die wir da vorher haben und jetzt halt die Frage, ob das hier so die erste, die zweite, die dritte, die vielleicht vierte ist und anschließend eben noch mal die fünfte kommt, die uns dann beim Index in Richtung 13.650, beim Future ist es vielleicht sogar eine Kleinigkeit höher, aber wenige Punkte halt, die uns da noch mal in diese Richtung da bringt, sehr sehr realistisch. Dafür spricht unter anderem, dass wir jetzt hier ja doch zumindest mal, ihr seht das hier so einen kleinen Anfang haben, der schon mal gut aussieht hier am Nachmittag. Einen schönen Schub hoch, klasse, wackele ich runter, wäre jetzt die richtige Aufgabe. Das kann sein, dass uns das hier in den nächsten Minuten oder Stunden hier noch eben entsprechend passiert, um dann die Fortsetzung nach oben zu bekommen. Also ich halte das nach wie vor für noch möglich. Es ist also noch nicht angesagt, nee, das ist jetzt das gewesen. Aus meiner Sicht wäre es ideal, wenn hier diese fünfte Welle da noch mal käme. Also quasi diese sich noch mal einmal fortsetzt, da oben von mir aus in die Box rein. Das ist natürlich jetzt sehr idealtypisch. Bitte geht nicht davon aus, Mensch klasse, das muss ja immer exakt so aussehen und wunderschön und perfekt. Nee, das tut es ganz häufig auch nicht. Aber es bietet uns Händlern Orientierung, ob es schon vorrangig das beste Szenario ist oder eben nicht. Die Abwärtsseite, die wir hier jetzt hatten im Future, ist ja auch noch nicht so richtig. Der hundertprozentige Burner, wir haben hier eine ganze Reihe Gegenbewegungen mit Überschneidungen hier. Das lässt vermuten oder hoffen, dass das hier vielleicht tatsächlich irgendwie noch ein korrektiver Part ist und dieser Anstieg eben entsprechend folgt. Das heißt, meine ideale Situation ist Schub hoch, wackelig runter und anschließend noch mal nach oben. Tiefer als die 13.323 sollte er dafür nicht mehr gehen. Eigentlich wäre es schön. Ich meine, das sind jetzt alles nette Wünsche, aber es wäre schön, wenn dieser Rücksetzer irgendwo nicht mehr wirklich diese Zone nach unten durchstößt. Also 13.380 beim Future, 13.355 sage ich jetzt mal. Wenn er irgendwo in dieser Ecke jetzt hier, eigentlich hätte ich es anders gerne gehabt, so hier, wenn er da irgendwie so runter gewackelt kommt, wäre das eigentlich perfekt, um danach die Long-Seite noch mal mitzunehmen und dann vielleicht sogar tragen zu lassen in die Zielzonen, die ich eben ja schon im Großen genannt hatte. Also das wäre eine Idee. Vorsichtig, das ist bisher nur eine Idee, wer jetzt sagt, hier so hat es gemalt, so wird es passieren. Das ist natürlich grober Unfug. Das weiß ich nicht, ob das passiert, aber je korrektiver dieser Weg hier wird, im Moment ist er ja schon so halbwegs korrektiver, aber je korrektiver dieser wird, dann böten sich Trigger auf der Oberseite oder vielleicht auch ein bisschen aggressivere Trigger auf der Oberseite an, um da eine Long-Position einfach mal mitzunehmen. Also das ist etwas, was ich beim DAX mal im Blick habe. Grundsätzlich gilt das im Wesentlichen auch für die amerikanischen Indizes. Ihr seht jetzt hier, dass der Dow Jones, dass hier die Abwärtsbewegung doch ganz schön wackelig hier ist und dementsprechend nicht die Favorite-Richtung ist. Und hier auch im Nahkampf-Chart so ein bisschen so dieser Ansatz eher schubmäßig hoch, wackelig runter. Also es spricht auch einiges dafür, dass die Marktteilnehmer noch nicht aufgegeben haben. Obwohl es also hängt, obwohl die Marktbewegung nicht mehr so richtig Vortrieb hat hier, hat man den Eindruck, dass kein Druck nach unten aufgebaut wird, sondern dass die Marktteilnehmer zumindest mal sich die Türen nach oben nochmal offen lassen. Das kann sich heute Nachmittag ändern. Wer jetzt sagt, Mensch, hier, der redet positiv. Es kann gar nicht fallen. Auch das wäre natürlich fahrlässig, wenn wir sowas annehmen würden, davon ausgehen würden. Die Wahrscheinlichkeiten sind nur noch nicht so schlecht, dass es nochmal weiter nach oben geht. Und immer dann, wenn ihr etwas seht, Entschuldigung, was so aussieht, gefolgt von so etwas, manch einer sagt, so eine Bullenflagge. Ja, super. Nehmt es, wie ihr wollt. Auch das ist eben ein klassischer Trigger für die Aufwärtsseite. Das heißt, wenn der Markt hier dann so eine Aufwärtsbewegung, also hier, triggert, dann hätte man die Chance, dass es eben nochmal nach oben geht. Und aus meiner Sicht, warum nicht auch noch vielleicht sogar ein bisschen weiter Trailing-Stops wären hier eine Möglichkeit. Entweder Gewinne mitnehmen an der Stelle, also nicht jetzt exakt auf dieser Marke, sondern das hängt ja davon ab, wie lange ist die erste Welle. Wenn das nur so eine kleine ist, dann ist natürlich auch hinten nur so klein. Aber erstmal habe ich eine Idee, okay, in welche Richtung ich mich orientiere. Also ihr könnt das, das Video wird zu alt sein, bis ihr das seht, aber ihr könnt das auf klitzekleiner Ebene natürlich genauso sehen. Also wenn ihr hier auf Minuten schart, 15 Minuten schart, Stunden schart, das spielt dabei gar keine Rolle. Wann immer ihr diese Verhaltensmuster seht, könnt ihr euch dann entsprechend verhalten und seid tendenziell auf der besseren Seite. Ich muss es so vorsichtig sagen, weil viele immer noch glauben, nie, ich wünsche mir, dass ich dann immer auf der richtigen Seite bin. Und ich wollte, hatte mir das so vorgestellt, Verluste machen wollte ich eigentlich gar nicht. Möchte ich eigentlich auch nicht, das ist, muss ich schon so sagen. Aber so funktioniert das Spiel an der Börse halt nicht. Aber die Chancen sind für uns besser. Die Chance-Risiko-Verhältnisse sind häufig dann zu unseren Gunsten und die Wahrscheinlichkeiten sind zu unseren Gunsten. Das macht uns nicht zum nie wieder Verluste-Trader, aber das hilft uns eben auf der tendenziell besseren Seite zu sein. Und damit ist im Gesamtbild das Bild noch gar nicht fertig scheinbar für die Aufwärtsseite. Und bedeutet, naja, wenn die Aufwärtsseite tatsächlich eine realistische Chance nach oben noch hat, dann verlassen wir diese nicht unrelevante Zone immer mehr. Und wir haben ja darüber gesprochen, je höher wir darüber hinausgehen, desto bullischer wird das Bild sogar übergeordnet. Also ich halte das für ein sehr, sehr spannendes Ding hier. Also ihr seht, die Aufwärtsrichtung ist noch nicht gänzlich vom Tisch. Der Nasdaq, der lässt sich allerdings ganz schön bitten, fällt ganz schön tief. Wenn man sich das anguckt, trotz alledem. Na ja, wir sind bis zur 78 Sechser, das ist immer so meine letzte Verteidigungsmarke. Also auch hier gilt, die Aufwärtsseite hat immer noch Restchancen. Wie lange eigentlich? Jetzt habe ich ja sehr positiv gesprochen. Gibt es denn gar keine Chance, dass es nach unten geht? Doch. Es ist möglich, dass er aus dem Stand gleich irgendwann mal das macht. Gut, dann wissen wir aber auch, dass wir nicht auf der richtigen Seite sind. Wenn es nach oben geht, haben wir Trigger, zum Beispiel so eine Marke, so eine Marke. Wenn es tiefer geht, ich brauche keine tieferen Stops oder keine tiefere Bewegung, wenn ich von Long ausgehe. Das heißt, ich kann hier allerspätestens hier meinen Stop hinsetzen. Denn wenn es nochmal tiefer geht, dann ist das erstmal nichts. Und wer dann sagt, ja, aber dann habe ich schon gesehen, macht der Kurs das und geht dann. Das stimmt. Trotzdem schließt die Position hier. Tut euch das nicht an. Denn wenn dann der Kurs nämlich aus Versehen sagt, ich gehe nach unten weiter weg, wird es nochmal richtig teuer. Seid da nicht im Sinne von, ja, aber ich will das nicht mit. Nehmt es dann so, wie es kommt. Wenn wir einen Verlust-Trade haben, dann wird er geschlossen. Und dann wird er einen neuen aufmachen. Wenn die Bewegung wie aussieht, nehmen wir mal an, er geht, er dreht wirklich in die Richtung. Ja, dann macht man hier halt einen neuen. Dann hat man hier einen überschaubaren Verlust vielleicht, den man da mitgenommen hat. Je nachdem, wo man jetzt hier seinen Einstieg da gewählt hat und dann den Stop ganz konkret da oder unten drunter. Dann hat man diesen Verlust. Aber beim nächsten Trade, der dann tatsächlich sogar läuft, hat man ja eine realistische Chance, eben deutlich mehr auf der Gewinnseite wieder zu gewinnen, als man auf der Verlustseite riskiert. Ich kann es nur oft genug wiederholen, weil viele sagen, ja, aber damit weiß man ja gar nicht, was als nächstes passiert. Das ist völlig richtig. Diese Unwägsamkeit wird uns weder die Chart-Technik noch die fundamentale Information gänzlich nehmen. Was wir hier betreiben, ist lediglich, dass wir den Ansatz so hinlegen, dass er tendenziell zu unseren Gunsten eben verläuft. Nämlich, weil wir auf die starke Seite setzen, die schwache abwarten und dann bei der Wiederaufnahme der starken Seite eben mit dabei sind und konsequent stoppen, wenn wir auf der falschen Seite liegen. Na gut, das ist nur ein Ansatz. Ihr seht, ich bin eher bullisch aktuell, was das kleine Bild zumindest mal angeht. Ich bin noch nicht 100% entschieden, was das hier werden soll, was das übergeordnete. Ich sehe aber eine Chance, dass wir die bullische Seite dann nochmal angreifen. Erst wenn wir starke Abwärtsbewegungen bekommen und gefolgt, ganz wichtig, von wackeligen Aufwärtsbewegungen, also starke Abwärts, wackelige Aufwärts, dann würde ich davon ausgehen, wenn wir so eine Zwischentiefmarke durchstoßen, dass wir das, was wir da haben, halt tendenziell nochmal irgendwie erreichen. Das wäre so das klassische Bild und ihr seht, das spielt gar keine Rolle, ob das im 5-Minuten-Chart in den großen Chart-Ebenen ist. Es ist immer wieder das Gleiche. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße und viel Erfolg an den Märkten.